Denkst du, ich will bei der Holzhütte, die wir hauptsächlich noch haben, ein Feuerzeug anzünden? Äh... Man war ich ja nie bei dir. Ganz ehrlich, das war echt nur Spaß. Jaja, weil man war ich ja trotzdem nie bei dir. Wenn ich das schon sage, dann kann man mir das eher glauben. Äh... Du vertraust mich nicht. Ich hab's gewohnt. Du darfst nicht mehr in die Bude rein. Hahaha, das ist echt nur du, dass ich da nicht reinkomme. Du bist so gemein. Und die wurde jetzt echt groß geworden. Ich weiß, dass ich gemein bin, das bin ich immer. Ganz ehrlich, die wurde jetzt echt ganz schön groß geworden. Ja, ich lösche hier schon einige Spiele hier runter, dass ich mir Platzspeicher habe. Okay. Für Aufnehmen. Mäßig. Weil ich nehme einfach die ganz große... Oh, lecky. Es ist leider... Das macht mir jetzt gerade Sorgen, dass meine Aufnahme jetzt gleich... Wenn's zu doll leckt, dann bricht er meine Aufnahme ab. Oh. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Wenn deine Aufnahme abbricht, dann mach ich meinen Aufschluss. Wir sind ja schon bei... Eine Stunde und 42 Minuten. Circa. Dann kann man ja schon sagen... Der Minecraft-Film mit Mio-Fan, Evoli und Setti Zoroa-Prow als Hauptrolle. Seht ihr? Ist doch so. Ist das schon wie in Spielfilmlänge? Wenn wir schon fast... Wenn wir schon zwei Stunden machen, fast. Ja, kann man wirklich so nennen. Wieso hast du lange Witz? Willst du langsam aufwählen? Ähm, ich persönlich... Einfach so... Hab jetzt erstmal genug von Aufnehmen, weil ich hab wenigstens drei Parts... Schon von mir gemacht und ich hab eigentlich keinen Bock mehr gerade zu spielen. Du hast schon zwei Minecraft-Parts gemacht. Ey, wenn ich... Jeden Part sag ich jetzt mal so. Ähm... Das heißt, du hast... Du fängst schon... Hast schon... Ich hab mehr als zwei Parts. Minecraft-Parts mit's jetzt. Generell ein Parts. Ich... Ich frage ja nur nach Minecraft, nicht an die anderen Spiele. Ähm, an Minecraft... Ähm, wenn ich so jede Folge erstmal so grob gesagt 19 Minuten mache... Und ich kann schon 19 Minuten hochladen... Dann hätte ich jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich so vier, fünf Parts circa. Und ich bin nicht gut in solchen Dingen zum Beispiel zu rechnen, sag ich jetzt mal. Mh... Ja. Das heißt, du hast schon auf eine... Auf... Du hast schon angefangen, woanders schon aufzunehmen, außer hier auf... Ey, ich kann nur ein Spiel aufnehmen. Die jetzt. Oh! Entschuldigung. Was würdest du gerade sagen? Niesig. Was? So wichtig. Okay. Ich hab jetzt gerade geschrieben, weil ich gerade eingequetscht worden bin vom Kies. Das ist... In meiner Sichtweite hat man jetzt schon gesehen, ich wurde eingequetscht. Nein! Das habe ich gerade kurz geschrien. Und übrigens, unter der Außenkiste, also so vor dem Haus, da hab ich jetzt den Quartintable jetzt untergepackt erstmal. Okay. Ja. Du musst nur sagen, wann du Schluss machen willst. Also ich möchte jetzt nur noch ein bisschen Terraforming machen. Also ein bisschen was wegkommen mit der Schaufel. Weil ich bin schon ziemlich weit unten jetzt mit runtergraben. Mäßig, so. Würde ich jetzt mal sagen. Weil ich grabe mich bis zum Bedrock runter. Das ist... Das war wenigstens laggy. Wenigstens wissen... Jo... Dass ich wenigstens auch mein Speicher bisschen schonen kann. Dann kann ich das erstmal, so wie gesagt, ein bisschen... bearbeiten auf 1080p mäßig und so weiter. Aha. Zum Glück sind es mehrere Dateien. Oh, Leggy. Zum Glück sind es mehrere Dateien, die immer so ungefähr für Minuten gehen. Und dann kann ich jetzt ungefähr einschätzen, wie lange ich das mache. So. Ich persönlich würde jetzt am besten sagen... Also am besten du kommst jetzt nach Hause. Ja. Nehme ich. Und dann... Hätte ich mir auch gedacht. Wenn wir mal Schluss machen, dann treffen wir uns im Haus. Ich bin im Haus. Gut, dann bin ich jetzt auf den Weg zu dir. Und das ist schon ziemlich tief, würde ich jetzt mal sagen schon. Warum ist es nicht schon wieder nicht einsortiert? Ich denke, du hast sortiert. Ähm. Der Grund, der ich sag, nämlich, du machst Erde und Bruchstein da unten und ja, du machst auch andere Gesteinsarten. Die soll eigentlich nur, weil wir ja ziemlich viel mit Erde und Stein, so, sagen wir es mal so, rausholen aus der Natur. Mein Kraft Natur. Ah, ja. Nämlich, ich sitze so, erst mal safe machen, sitze so, damit wir, ja, ich müsste da mehrere Kissen, noch eine Kiste machen, dann, ja. Warum stehen hier zwei Öfen? Na, dann kann man mehr braten und alles. Ach so. Und ich habe hier die Schafe auch, also Schaf und Huhn, habe ich hier sogar noch mehr Platz verschafft. Und während ich hier zu duft bin, um hochzukommen. Wollen wir jetzt hier Schluss machen, oder? Ja, einmal noch schlafen. Es reicht. Okay, Aufnahme ist damit jetzt, drei, zwei. Warte, warte, warte. Wir stehen uns mal hier so neben anderen und dann sagen wir, schüss. Super, wie wir am Anfang gemacht haben. Okay, dann wieder F5 auf die Vorderansicht. Habe ich. So. Ich nehme das Ei, weil ich bin, na dann, würde ich sagen, sieben. Sieben, der Kämpfer und Mio, die feige, das feige etwas. Ja. Feige Wun. Ich habe schon ein Screenshot gemacht für den Thumbnail, dass wir nebeneinander stehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich in meinen Videos ein Thumbnail machen kann. Äh, ich weiß es. Ja? Ja. Also erklärst du mir am besten einfach so, naja, wenn die Aufnahme mal gestoppt ist. Gut, machen wir jetzt Schluss? Ja, also, das war die Aufnahmesession von einer Stunde und fast 49 Minuten, laut dem jetzigen Stand. Okay. Nämlich, naja, damit ist die Aufnahmesession beendet und bei mir wird ungefähr, ja, ungefähr jeder Part ca. 19 Minuten lang sein. Bei mir weiß ich noch nicht, wie lange ich die mache. Ah. Naja, ich wünsche, ich hoffe euch hat das Duo LP, so nenne ich das jetzt mal grad, gefallen. Und ich werde das, naja, ungefähr einen Sonntag hochladen. Jo? Oh, sei, er kann gar nicht sprechen. Er ist ausgenockt! Ja, damit ist es zu Ende.